Werte Freunde, ich grüße euch. Kommt herein, setzt euch und ich lasse Tee bringen. Und damit herzlich willkommen zum angekündigten Infovideo für das neue Let's Play Projekt Shogun 2 Total War. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Ralf. Mensch, grüße euch. Wir sind schon ewig Freunde und ich habe mir gedacht, ich ziehe ihn mal wieder aus der Versenkung, denn wir kennen uns ja schon seit dem Urschleim. Ja, so kann man das sagen. Genau. Ja, wir beide machen uns an Shogun 2 Total War. Der ein oder andere hat mich ja schon gefragt, hey, möchtest du es nicht mal jetzt playen oder hey, hast du es dir nicht schon mal angeschaut? Und ich habe immer darauf geantwortet, ja, hm, das Japan-Setting, das hat mir bis jetzt nicht so ganz getaugt. Der gute Ralf hat mich vom Gegenteil überzeugt und so dachte ich mir, nehme ich ihn doch mit dazu, weil Shogun 2 bietet ja die Möglichkeit, dass man gemeinsam die Kampagne bestreiten kann. Und das machen wir auch. Und zwar spielt der Ralf die Mori, einen der Clans dort und meine Wenigkeit spielt die Date. Und ja, Beschreibungen dazu gibt es dann im Let's Play Video. Im ersten Part erklären wir euch genau, was die beiden Clans können und ja, damit sind wir beide eigentlich schon durch. Und ich würde sagen, wo ist der Tee? Ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht. Wo bleibt der Tee? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich werde ihn definitiv haben. Ich habe Max schon etwas an Shogun gespielt und ich wette, es wird mir genauso viel Spaß machen, wenn es auf der Kamera passiert. Und ich hoffe, dass es auch euch Freude bereiten wird. Ja, und von mir auch das Gleiche. Mir wird es wahrscheinlich auch sehr viel Spaß machen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß und damit startet auch schon am nächsten Tag nach diesem Infovideo das Let's Play. Wie genau ich das hochlade, das gebe ich dann noch im neuen Uploadplan bekannt. Bis dahin sagen wir, ciao, servus. Ciao, servus. Und ja, im Grunde genommen war es das schon. Im Grunde genommen war es das schon. Wir wünschen euch viel, viel Spaß. Das war jetzt natürlich ärgerlich. Das war jetzt scheiße. Wir waren ja gerade durch. Fuck, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Entschuldige. Werter Freund, ich grüße euch. Ich grüße euch ebenso, Date Max. Ich euch auch, Mori Ralf. Möchtet ihr ein Handelsabkommen zur Bereicherung unserer beiden Völker abschließen? Dieses Abkommen ist inakzeptabel. Möchtet ihr mein Vasall werden und ründlich sehr viel Geld an mich abdrücken, um mich zu bereichern und selber arm zu werden? Wir könnten eine Einigung erreichen. Nehmt noch 100 Gold dazu. Dieses Abkommen ist zufriedenstellend. Wir haben ein Abkommen, mein Freund. Ihr sprecht weise Worte.